Take the worst of the kind, it's the Peter Papa Petey back in base, your mother is now weggefickt Ich komme mit den Flows in eure Gang und ihr wollt mich raus Aber ich werde das nicht zulassen, denn ich hab den heftigst krassen Penis, man Guck dich an, du bist endlich mal weggegangen Yeah, ich hab endlich wieder mal die krassen Bars Und du bist einfach der Typ, der niemals denkt, ich habe Spaß Nein, du bist immer korrekt, das finde ich nicht immer korrekt Ich komme in deine Gang und deine City wird von meiner City gecheckt Ja, 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 ich bin so heftig, man Guckst du meinen Penis an, dann guckst du nur die Hälfte an Denn er geht über deinen Blickwinkel hinaus Ich fick jetzt deine Frau und bin so wiki-wiki-baus Mann, ey yo, check mal diesen Flow Ich peng jetzt deine Hoe und mach das einfach so Mir egal, ob mich die Nachbarn gerade hör'n Denn ich bin so überkrass am Bö-bö Und immer wieder bei dieser Bitch ist mein Tag Doch ich habe keine Bock Ja, ich trag die Hausschuhe Guck mich an, guck mich an Und dann du bist ein Laus, bruh Merkst du da? Der Shit ist so derbe, Mann Ich bin wieder back Und kick die Freestyles mit dem Double-Time-Massaker, Mann Ich bin so ein Kasser-Verdammt Und du bist nur ein Wassermann Vom Sternzeichen Das kann ich nicht ernst nehmen Ich werde nun deine Mom in dem Benz nehmen Ja, das ist das dritte Mal Mir egal, ich mach das immer wieder Denn ich bin so ein Aal Habe einen Aal Zwisch mein Penis Und wenn ich ihn in deine Fotze reinsteck' Wird das für dich eine Qual Ich gucke immer auf die Gegenstände in meinem Raum Um mich zu orientieren Was ich gleich für nen Line kick Und ich seh immer wieder die Gitarre Doch ich will ja nicht nur über Gitarre rappen Ja, Mann, ihr könnt alle checken Dass ich hier der krasseste bin Und ihr seid nur ein paar alte Deppen Ja, und seid doch mal am chillen Wollt ein VBT-Video dort drehen? Doch habt nicht mal einen Kamera-Film Ja, habt ihr das gehört? Nicht mal einen Kamera-Film? Sag mal, habt ihr überhaupt schon mal Was von Vorbereitung gehört? Ihr fahrt extra auf diese Scheiß-Insel Um ein Video zu drehen Und habt den fucking Kamera-Film vergessen? Ich glaub, ich vergesse mich gleich!